Auf der Übersichtsseite sehen Sie alle Angebote, die Sie übrigens auch sortieren können, entweder nach Kategorie, nach Ablaufdatum, Standort oder Preisvorteil. Nun wählen Sie Ihr gewünschtes Angebot aus. In der Detailansicht finden Sie Informationen zum Produkt bzw. zur Freizeitaktivität und wie der Vorteil eingelöst werden kann. Es gibt übrigens zwei Gutscheintypen. Neben Gutscheinen, die direkt beim Kooperationspartner vor Ort eingelöst werden können, zum Beispiel das Angebot von der Schafbergbahn, gibt es auch Angebote, bei denen eine Reservierung erforderlich ist, zum Beispiel das Angebot von der Pinsgauer Lokalbahn. Im Vorfeld wird der Gutschein über die Vorteilswelt-App gesichert und anschließend die Reservierung direkt beim Kooperationspartner vorgenommen. Das können Sie über die App erledigen, entweder Sie verschicken eine E-Mail oder Sie rufen direkt über die App an. Und zu guter Letzt gibt es noch die Profileinstellungen. Hier können Sie Ihre aktuellen Daten verwalten. Das ist aber auch etwas für die Sparfüchse unter Ihnen, denn hier sehen Sie auch, welchen Preisvorteil Sie schon durch die Vorteilswelt der Salzburg bekommen haben, also wie viel Sie sich schon gespart haben. Sie haben noch Fragen? Dann kontaktieren Sie ganz einfach unseren kostenlosen Kundenservice unter 0800 660 660. Wir sehen Sie auch, dass Sie hier sehen. baja